ARD Text im Auftrag von Funk Andi, ich habe das Gefühl, dass die noch einmal ganz groß sein wird. Du meinst, sie schaffen noch die 1,90 Meter? Na ja, ich sage einmal so, man darf nie aufhören, die Hoffnung zu verlieren. Apropos verlieren, möchtest du vielleicht einmal die Aufstellung machen? Das Einzige, was ich aufstell, ist ein Baum zu Weihnachten. Na dann. Gute Nacht. Das ist aber mein Spruch.